Geben wir es an. Ich hab zu lange nicht mehr gespielt. Ich hab echt Bock drauf. Ich muss mal wieder einen finden. Und damit herzlich willkommen zurück zu Deaths im neuen Modus. Wir spielen Chaos 2.0. Sind wir schon so weit? Ja. 2.0 und warum neuer Modus? Und ich dachte, das machen wir erst mal in der Quinzel. Der Quinzel. Spiel bald gut. Ach, mit dem können wir auch durchspielen. Was denn? Das zeigen wir ihm dann. Wir können es doch selber noch nicht. Ja, na klar. Aber geht das? Ja, das müsste gehen. Das müsste eigentlich gehen. Also hier hat er keine Probleme damit. Ja, das müsste gehen. Oder Chaos Tempel. Alles gut. Also, aber das ist ja dann 2 gegen 1? Das macht doch nichts. Ey. Was denn? So. Äh. Okay. Das wird käufen. Käufen. Ja, ich käufe auch. Käufer. Klieg so holländisch käufen. Käufe. Käufe. Koken, käufen. Was du alles gibst. Koken kann ich auch. Koken. Koken, äh, koken. Koken bei 30 Grad. Genau. Da schmilzt dir das Zeug einfach weg. Oh Mann. Bist du bereit? Ich immer. Ich hab schon drauf gedrückt. Ach, der Mat, ach, der Matin. Der Matin kriegt das nicht mit. Alles gut, alles gut. Ich bin bereit. Alles gut. Ja, ich jetzt. So. So. Ja, guck mal, wir sind jetzt 3 gegen 0. Geht doch nicht. 3 gegen 0? Das ist aber gut. Ja, das ist so gut. Dann gewinnen wir auf jeden Fall. Ja. Bisschen ausgeglichen. Ja. Wie intelligent. Ich hab ja gesagt, das geht nicht. Bisschen sinnfrei, aber warum nicht? Es war aber gut auszuprobieren, ne? Ja, genau. Finde ich toll. Ist immer gut zu wissen. Gewinnen wir mal. Ja, ich möchte auch gewinnen. Oh, Feinde. Oh, Feinde. Oh, Feinde. Was, Feinde? Das ist denn da? Ja, was ist das? Die Skelette hier, die Skelette hier. Hier ist schönes Skelette rum. Das darf nur ich. Cool. Wie, also jetzt, gibt's hier NPC-Hai oder was? Wir, also schon mal wirklich Skelette. Ich hab keine Ahnung. Die Geister. Okay. Du, hallo, zu mir. Die Geister, die du einst gerufen hast. Genau. So, warte mal. Hm. Höchst interessant. Ja, ist doch super. Als Einschlieb. Keine Gefahr. Keine Gegner. Das ist mal ganz gut. Das ist schon mal ganz gut, ne? Ja. Das ist so das Jamaika-Level. Guck mal, wir haben einen Punkt. Wow. Kein Stress. So kann man natürlich auch gewinnen, ne? So weit waren wir beim letzten Mal noch nicht. Das stimmt. Level Jamaika, man. So. Alter, letztes Mal weiße Tobi, einfach so mal ausprobieren, erstmal Botz auf normal. Ja, ja, genau. Alter. Alter, die haben uns so abgemögelt. Ja, normal halt, ne? Da ist jetzt nicht das Problem. Oh, hier liegt ein Quinsel. Vielleicht warst du auch einfach nur unfähig. Dann warst du aber genauso unfähig. Ich bin sehr fähig. Guck mal, hier liegen Quinsel und seine Brüder. Ähm. Ich bin sehr fähig. Ei, 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 ei. Wann fängt er denn an hier? Wann beginnt das denn? Achso, wenn der Pfeil angekommen ist. Ja. Hab ich vergessen. das passiert eigentlich gar nichts, oder? Nö! Captain Stups! Hör uns aber auf! Ich stupst dich! Der Helfer ist los! Eine sehr entspannte Funde, finde ich schon! Ja, das stimmt! Angenehm! Endlich mal! Ah ja! Keine Herausforderung! Ja! Ja! Also wir dürfen halt nicht weggehen! No! Eine Moragene! Schwierig! Schwierigkeitslevel Jamaica! Also nur für Kiefer geeignet oder was? Genau, genau! Aua! 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 wird geahnt woher weißt du was ja ich bin die zukunft die wird übel bei dem geruch ja da lachen sogar meine dritter punkt 0 und ich habe die meisten punkte gewonnen ich habe ein gold gesammelt aber ich habe gar nichts gesammelt weil ich was gesammelt habe wahrscheinlich wirst du bestrafen weil du gearbeitet hast das kann sein so was kann ich wie du äh 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 verstocken was verstocken verstocken verschlucken verstecken verstocken alles klar ich glaube das ergibt zu dritt noch am meisten sind ja blut und gold gehst du auch noch mit rein das geht auch ja es gibt zwei gegen ein da zwei taucher die einheit aber das geht aber ist ja dann aber nur ein einheit nene was hat man zwei haier und ein taucher ja ist okay alles gut okay ich bin mal gespannt und so um 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 die jubiläu buchartig dass die jubiläu hat mit dem bilden mit dem hohen habe ich so schau was ist es ich bin wieso Mein Taschenablauf funktioniert nicht mal. Achso, nein. Das ist Käpt'n Stups in der Zukunft. Das ist mein... Nö, sehe ich nicht. Ich bin Käpt'n Stups in der Zukunft. Wo bist du denn überhaupt? Hier unten. Alle Schönheit verrottet. Gut. Bevor ich jetzt auf den Hai warte. Holen wir noch einen. Oh. Der ist schon da. Siehst du, jetzt hast du mich abgelenkt, Tobi. Ich sollte ja unbedingt deinen zukünftigen Käpt'n Stups angucken. Ich fress das Gold hier. Nom 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 nom. Ich hab nicht mal was gesammelt. Ich hab dafür nicht eingestammelt. Toll, ich seh sogar noch meine Leiche da bluten. Ist ja wieder nicht. Ich bin ein weißer Hai. Aua. Und ich hab mir grad die Nase gestoßen. Wolle eher ein weicher Hai. Ein weicher Hai? Ein weicher Hai. Ähm. Also das finde ich aber jetzt. Tobi war irgendwo unten, hat er gesagt. Ach so, ja. Okay. Hab ich das? Du hast gesagt, hier unten. Hier unten. Guck mal, hier unten. Hier bin ich. Der Käpt'n Stups der Zukunft. Ja, warte. Blutig wahrscheinlich. Nö. potablen Dildo dabei. Weißt du, der schlägt immer damit zu. Ja, ich weiß. Da muss man aufpassen. Das ist gefährlich. Er schlägt sogar Brillenträger. Immer ins Gesicht. Ja, ja. Das ist nicht in Ordnung. Der war so. Ich bin Brillenträger, ja. Normalweise Kontaktlinsen, aber habe ich schon seit Jahren keine mehr. Ja, ich habe Kontaktlinsen, aber ich habe eine Brille. Hast du schon mal Erfahrungen mit Mobbing gemacht? Nö. Also mir tun immer noch manchmal die Handknöchel von den dicken Hornen. Das breit. Ist gut. Ist nicht schlecht. Ich finde ich gut. Das ist ein Mobbing eines Tages, da werde ich mich rächen. Da werde ich dir alle Knochen rächen. Eines Tages werde ich mich rächen. Da höre ich deine Hüfte brechen. Ja, dann komm doch mal rüber und schwimm dich die ganze Zeit da hinten rum. Worüber? Worüber? Worüber bist du denn rüber? Schalalalalala. Also bist du schon so ein dritten Mal mehr vorbeigeschweben. Ja, wenn ich dich doch nicht sehe. Einfach schweben. Einfach schweben. Ich habe große Augen und nur einen kleinen Hintergrund. Ich kann doch nicht so schwer sein. Bist du kein Dächtchen? Ich? Nö. Wie war das mit großen Augen? Die Ähnlichkeit ist. Trappier. Da oben schwimmt der gerade wieder. Also den Martin sehe ich glaube ich gar nicht, aber... Okay. In den... Oh, nee. Äh, Pupsal. Warte mal. Ich habe hier... Ich habe gerade was gesehen, oder? Nein. Habe ich irgendwas mit meinen Augen? Ich hatte echt das Gefühl, ich hätte den Tobi gesehen, aber... Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Wo denn? Vielleicht war es auch irgendwie ein Stück Schrott, das da rumschwandt, oder irgendwas? Ja, treibt gut. Ein Stück Schrott. Kann man, oder kurz, irgend sowas, man weiß es nicht. Kann man still verwechseln. Tobi und treibt gut, klar. Nee, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Gerade habe ich euch beide gesehen. Okay. Hm. Der tobt doch nicht hier oben drauf rum, oder? Das ist natürlich zwei gegen einen, ne? Also ich verstecke mich schon gut. Ja, ja, bewegt sich wahrscheinlich auch keinen Millimeter. Das ist wahr. Kann ich auch nicht. Weil immer, wenn ich hier raus will, kommt ja jemand. Wenn ich... Ja, ich überlege gerade, ob das jetzt ein guter Hinweis war, oder nicht. Hm. Hm, okay. Das raus ist ja in allerlei Hinsicht. Ja, ja, eben. Das können viele Bereiche gemeinsam. Hm. Ja. Tobi, wo willst du denn raus? Nun aus diesem Leben, oder nur aus diesem Schiff? Oder nur aus diesem Raum? Genau. Was mit dem Leben, das sag ich nicht mal. Das meiste, die... Die Umgebung kaputt wird... Ja, ich meine, die Umgebung kaputt wird... Achso, ich bin sauer, dass ich... Ich bin nicht... Ich bin nicht... Ich meine... Auer hat es mir mit der Nahtumstoße... Gewalt gegen Schiffe. Genau. Ja. Die einzig wahre Gewalt. Ich bin die höchste Gewalt, die du jemals gespürt bekommst. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Ah, das war ja nicht. Das war ja nicht. das ist mehr da geht es nicht auch dass ich glaube das ist nicht mein schiff enthalten weil gegen mitteil ich habe es gesehen also hast du hast du gesehen ich glaube schon habe ich ja mal die du hast ihn gesehen zu mir hat gerade so komisch geantwortet wir haben uns antwortet dann ja jeden fall der war hier verdammt noch verloren ist denn das das glaube ich auch scheiße ich weiß nicht wenn er sich irgendwo an der wand lang hier ja es kann sein das ist echt nicht so einfach zu können ich wünsche mir auch scheinwerfer augen für den rhein ist für wen für dich du warst an der wand nein ich konnte wirklich immer wenn ich da weg aber ich habe die meisten punkte das finde ich immer total logisch gemacht total sind auf jeden fall ja die jamaika runde die waschen sehr entspannt das war schon ein bisschen zu entspannt welches gibt gibt es zu dritt kann den chaos ja ist klar aber verstecken die er wird schon mal blut und gold genutzt ja mach einfach schauen wir mal ich suche mal kurz ein blut und geld auf jeden fall nicht das ist erst wenn wir zufrieden sind warum da oben also verstecken oder nicht und alles da das sehen wir in der nächsten folge tschüss tschüss